Hey, Josh! Oh, hey, crazyste... Steve! Also, ich starte jetzt an den ausländischen Film für dich in Kino 5. Oh, das ist ja toll. Wir haben uns leider nur gerade entschieden, Puppenfieber anzuschauen. Oh, da könnte es allerdings ein kleines Problem geben, weil nachdem ich diesen Film für dich besorgen sollte, habe ich bestimmt fünf Stunden am Telefon gehangen, um ihn herzukriegen und um Helen zu überreden, diesen Film für dich vorzuführen. Und jetzt, wo ich all das gemacht habe... Da wird sich irgendjemand, ich, Glockmann, sehen! Nein, ansonsten wird dieser jemand zum Organspender und das vor seinem 17. Geburtstag! Josh! Nikos! Na gut, wenn das so ist, entschuldige kurz.